Ein König, dessen wohl größte Hinterlassenschaft ein Ypsilon ist. Er war eine interessante, jedoch auch umstrittene Figur. Lass uns zusammen die spektakulärsten Ereignisse seines Lebens betrachten. Willkommen bei den Kurzhistorien. Das erste Rätsel will ich jetzt gleich auflösen. Heute geht es um König Ludwig I. von Bayern. Hier schon mal ein paar kleine Teaser für die ungewöhnlichen Ereignisse, die mit ihm verbunden sind. Ein Fest, das seit über 200 Jahren stattfindet. Die Redewendung Werco der Co. Fortführung eines Bauwerks von Karl dem Großen. Fahrt mit einem Adler. Affäre mit einer exotischen Tänzerin. Opfer der Revolution von 1848. Und last but not least. Liebe zum Ypsilon. Ein Fest, das seit über 200 Jahren stattfindet. Im Jahre 1810 heiratete Ludwig Therese von Sachsen-Hildburghausen. Zur Feier der Hochzeit wurde ein Pferderennen organisiert. Um das Rennen herum gab es weitere Festivitäten. Letztendlich war es das erste Oktoberfest, das von diesem Jahr an jährlich stattfand. Heute gibt es das Pferderennen leider nicht mehr im Rahmen des Oktoberfests. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch zu besonderen Jubiläen durchgeführt. Erinnert ihr euch, wie die Braut Ludwigs mit Vornamen hieß, die ich gerade erwähnt habe? Therese. Und wo findet das Oktoberfest statt? Auf der Theresienwesen. Der Platz wurde zu Ehren von Therese von Sachsen-Hildburghausen so genannt. Wer Co. der Co. Echte Bayern verzeihen mir bitte die Aussprache. Als Beute-Bayer bin ich der bayerischen Mundart nicht wirklich mächtig. Was also steckt hinter diesem Spruch? Franz Xaver Krenkel war ein erfolgreicher Pferdehändler in München. Sein Rennstall errang beim Oktoberfest Pferderennen 14 Mal den Meistertitel. Bleibende Berühmtheit erlangte er jedoch, als er die Kutsche von Kronprinz Ludwig im Englischen Garten verbotswidrig überwohlt und ihm dabei zurief, Majestät, wer Co. der Co. Hochdeutsch heißt es, Majestät, wer kann, der kann. Dieser Ausruf wurde zum geflügelnden Wort, das wir heute noch verwenden. Fortführung eines Bauwerks von Karl dem Großen. Schon im 8. Jahrhundert hatte Kaiser Karl der Große den Traum, eine schiefbare Verbindung zwischen dem Flusssystem des Rheins und dem der Donau herzustellen. Daraus entstand der sogenannte Karlsgraben, Fossa Carolina, von dem heute noch Teile erhalten sind. Immer wieder in den nächsten 1000 Jahren wurde daran geplant, einen Nachfolger dieses Kanals zu bauen. Letztendlich würde ein solcher Kanal die Nordsee, wie Rhein, Main und Donau mit dem Schwarzen Meer verbinden. Unter Ludwig wurde dieser Plan Realität. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal wurde zwischen 1836 und 1846 gebaut. Er wurde lange genutzt und erst nach dem Zweiten Weltkrieg aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Heute gibt es die dritte Version des Kanals, den Main-Donau-Kanal, früher auch Rhein-Main-Donau-Kanal genannt, der sowohl wirtschaftlich als auch touristisch als Erfolg gesehen werden kann. Letztendlich geht dieser auf die Initiative und Durchsetzungsfähigkeit von solchen Herrschern wie Karl dem Großen und Ludwig dem Ersten zurück. Fahrt mit einem Adler Die Ludwigs Eisenbahngesellschaft baute ab 1834 eine Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Eröffnet wurde diese Strecke am 7. Dezember 1835. Dies war die erste mit Lokomotiven betriebene Eisenbahn in Deutschland und die erste Lokomotive hieß Adler. Ludwig war bei der Eröffnung nicht zugegen, da er auf Staatsbesuch in Griechenland weilte. Er holte dies ein Jahr später nach und inspizierte dabei auch den nach ihm benannten Kanal, da dieser in unmittelbarer Nähe zur Eisenbahnstrecke verlief. Affäre mit einer exotischen Tänzerin Lola Montes war eine Tänzerin aus Irland. Sie hatte Auftritte in ganz Europa und gab sich als Tänzerin aus Spanien aus. Ihre Wirkung auf die mächtigsten Männer in ihrer Zeit war außerordentlich. Mit vielen berühmten Männern hatte sie ein Verhältnis beziehungsweise diese himmelten sie an. Hier ein paar Beispiele. Alexandre Dumas, den wir für seine Romane die drei Musketiere oder der Graf von Montechristo kennen. Franz Liszt, der berühmte Komponist. Ein französischer Zeitungsredakteur, der in einem Duell wegen ihr erschossen wurde. Und letztendlich auch König Ludwig, der ihr total verfiel. Er ließ sogar sein Testament zu ihren Gunsten ändern. Opfer der Revolution von 1848. Das Volk sah die Affäre mit Lola Montes mit Missbilligung, da diese sich ungebürdig für die damalige Zeit in der Öffentlichkeit verhielt. Sie verursachte einige Skandale. Besonders stieß der Bevölkerung, aber auch den Ministern in Ludwigsdiensten auf, dass Ludwig ihr die bayerische Staatsbürgerschaft zuschusterte. Sie wurde dann des Landes verwiesen, aber kehrte auch wieder zurück. Das brachte das Volk erneut in Wallung. Im Kontext mit den Märzunruhen des Revolutionsjahres 1848 bewaffneten sich die Bürger in München. Ein blutiger Aufstand konnte nur durch den Bruder des Königs auf diplomatischem Weg verhindert werden. Aber der König war nicht mehr zu halten und dankte am 20. März 1848 ab. Letztendlich war er der letzte souverän regierende König in Bayern, da er vor seiner Abdankung noch die Grundlagen einer konstitutionellen Monarchie gelegt hat. Liebe zum Ypsilon. Aber jetzt reden wir schon so lange von König Ludwig und sind immer noch nicht zum Geheimnis um den Buchstaben Ypsilon gekommen. Nun, der Monarch war ein Anhänger des Philhellenismus, also Liebe oder Freundschaft zum Griechentum. Bis 1825 wurde Bayern mit AI geschrieben. Danach änderte Ludwig die Schreibweise zu AY, da das Y als ein Symbol des Griechentums kalt. Wusstet ihr übrigens, dass sein Sohn Otto der erste König von Griechenland war? Und war König Ludwig der erste von Bayern eine interessante Persönlichkeit? Am Anfang seines Lebens war er noch tief im Absolutismus verwurzelt. Man sieht es auch an Darstellungen aus der Zeit seiner Regentschaft. Zum Ende hin, nach seiner Abdenkung, gibt es Fotos von ihm in schlichten Uniformen, die an Aufnahmen von preußischen Offizieren aus dem Ersten Weltkrieg erinnern. Welch ein Wandel im Laufe der Zeit. Und eines Lebens. Über seinen Enkel, den sogenannten Märchenkönig, wird natürlich noch mehr berichtet. Aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Es würde mich noch interessieren, kanntet ihr die Story mit dem Y? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.